Was gesagt, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir geben uns heute wieder eine Try Not To Love Challenge. Ihr habt mir einen guten Kanal empfohlen, ja, auf dem haben wir uns, glaube ich, schon ein oder zwei Sachen angesehen. Aber, ich habe nicht mitbekommen, dass der jetzt so viele Try Not To Love Challenges, deutsche Memes, Memes, whatever, wie ihr das nennen wollt, ähm, Sachen hochgeladen hat. Aber der macht jetzt anscheinend zu so einigen YouTubern so kleine Compilations. Anyways, heute schauen wir uns eine an von Justin. Ähm, ich bin sehr gespannt, weil Justin schon hier und da einmal, äh, ich weiß nicht, Digga. Ein paar lustige, äh, Momente hat, whatever. Ich schaue seine Rations auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und, ähm, schaut einfach mal rein, Leute. Ihr könnt mir gerne andere Videos von dem Channel oder auch von anderen Sachen reinschreiben, wo ihr denken würdet, hey, da wird Flo vielleicht den einen oder anderen Lacher, äh, lachen. Ja, feifert. Let's go. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video. Gab's für die Tore Zeugnisse? Hey, ich bin fit zu stoned. Er stoned. Er ist so? Stoned. Ehrenmann, Digga. Ah, alright, ok. Also, das sind gar nicht Justin-Memes, das heißt nur so, alright. Kommst du zu diesem Oder-Watt? Den Oder-Watt-Mann haben wir schon kennengelernt. Ehrenmann. Ja? Achso, yo. Ich hab ne Jahre lang, hab ich, äh, einen Kollegen mal wieder getroffen, oder, 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 oder? Und der sagt bei jedem Satz, oder, 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 ne? Und da haben wir halt angewöhnt. Ich hab mich den stundenlang unterhalten, oder, oder, oder? Ja. ich verstehe ein thema nicht lehre der das thema 37 jahre studiert hat diese sonne kinder sähre es ist der peso dawn es ist natürlich der der einzig wahre da hätte ich gerne mehr von gesehen wenn einmal versuchen mit mir arabisch zu ob das bei euch genauso gerade ist animal crossing nie gespielt ich war ich habe früher habe ich habe es nun gespielt ist es ungefähr so ähnlich right ich glaube schon oder ich habe es nur ein bisschen gespielt das war ihre ich habe leute was geht ab da ja haust du es angesagt ach ja falls man auf toilette wollte ist das gäste wc ja das ist gut das ist gut so ist gut ja das fühlt sich dass das ist strong mark gut ich das kann max auch martin wieder bruder ehrenmann martin ist ehrenmann der martin schneider nicht kennt hat in seinem leben einiges verpasst ich schwöre ich hasse diesen typen ich hasse diesen typen ich hasse diesen typen übrigens auch eine besonderheit wenn der lehrer ein witz sagt und ihr lachen müsst weil der unlustig war ey das ist wirklich unangenehm das ist wirklich immer so unangenehm gewesen wir alle kennen das halt von real es gibt halt die lehrer die machen wirklich gute jokes da lacht man auch was lustig ist aber es gibt die lehrer die das nicht checken aber die nett sind und die man nicht bestrafen will mit dem nicht lachen da muss man so ein gezwungenes lachen raushauen richtig unangenehm immer das bläst nicht das saugt das system ja exakt so sieht es aus das ist ein es ist kurz still dann checken das sagen wir ich bin der typ so dass das ist der kollege neben euch so und ja dann checkte so okay bruder das war nicht lustig aber wir wollen diese scheiß eins haben let's get it bro und da muss man lachen digger gibt kein weg dran vorbei christiano ronaldo hat nun auch das coronavirus und muss auf der portugiesischen insel madeira bleiben hey wo ist das hey was ist los bei dir was ist los hey über so ein face da war darauf würde ich mich mehr als freuen leute da würde würden nur einige sachen passieren mit mir und hildegard wie geht es euch gut ich bin reich du auch genauso viel verdienen wie ich jeden einzelnen tag ja ist ein kleiner prank vorne der fachmann ich bin aus dem bereich sieht dass das küchenrolle ist leute das ist küchenrolle ein billiges plagiatprodukt das klopapiers wissen viele nicht ja ich hab ein bisschen getradet schon fall nicht drauf rein vorne fall nicht drauf rein 35 rollen klopapier dann zweit jetzt ab und komm in die gruppe was geht's leute noch ein wieder von mir und ich mach mal bitte auf ich mach grad ein das war seine mom bruder mashallah digger tschuldig äh halt die jungs ein paar tipps geben wie man mit mädchen schreibt oder hey mama hör mal bitte auf was sind die tipps hä was ich mich frage wer es da neben ihm und macht so motiviert mit bruder er ist nicht alleine meine facecam ist davor wait a moment wer ist da wer kommt auf einmal ins bild reingehuscht bruder ich hoffe für ihn die person macht das freiwillig Ja, ich, 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 so ein Messer geht. Erziehung gone right, Alter. Die Arme, lass die mal. Die weiß es nicht besser. Justin, als sie überfallen wurde. Ja, wie soll ich es sagen? Hier gibt es kein Eis. Hier hat es auch noch nie welches gegeben. Eis ist ein Gerücht. Oliver Kör war das. Aus Berlin. Herzlichen Dank. Oh, den kenne ich schon, den kenne ich schon. Er ist auch Ehrenmann. Neben finanzieller Unterstützung geht es in diesen Corona-Zeiten auch. Tschüss, Martin. Wir sehen uns. Ey, das war, das war actually nicht bad. Nicht jeder Clip ist nice, aber dieser, dieser Dude hat immer, hat immer, ähm, ganz freshe Clips, die man noch nicht kennt zumindest. Ich kannte jetzt zwei Clips davon oder so. Von daher, ey, geiler Channel, Freunde. Welche sollen wir uns als nächstes geben? Schalten wir die rein, die wir als nächstes uns geben sollen. Ähm, und dann schauen wir uns gerne davon demnächst noch eine an. So für zwischendurch, ganz nice, denke ich, ja. Waren ein paar gute Clips dabei. Freunde, lassen wir auf jeden Fall auch noch oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.